Das ist nicht gut gelaufen. Naja, dann gucken wir mal, was in dieser Tür ist. Falls unserer mal schmelzen sollte, können wir hier einen neuen bekommen. Und was ist in der Tür? Hoffentlich das Bad. Hoffentlich das Bad. Ja, das Bad. Gucken wir uns doch mal um. This hanger is made to hold up a bath towel. Too bad the maid never leaves you one. Tja, kein Handtuch für uns. Isn't that cute? The bathroom is equipped with cold drink coasters in the shape of flowers. Hübsch. Was haben wir hier noch? Hey, I just thought of something. Remember back and lost wages? In Lefty's bar? In his bathroom? Remember when I found that diamond ring lying on the sink? Remember that? Was ich gerne in jedem Adventure ausprobiere. Und wozu gibt es hier den Reißerschluss? Finally, the right place. So, dafür gibt es gleich Punkte. Ähm, jetzt nochmal spülen. You flushed the toilet. Good boy. Ich habe hier übrigens lustige F-Tasten, die ich drücken kann. Zum Beispiel die hier. Äh, nein. Ich meinte natürlich die hier. Oder? Ja, nur das so. Okay, dann waschen wir uns doch mal die Hände. Yuck, the water coming out of the sink is brown. Ähm. Okay, wir können uns also nicht die Hände waschen. Yuck, the water coming out of the sink. Weiß ich schon. Geschweige denn, können wir uns die abtrocknen. Wir haben nicht mal Handtücher. Das, äh, da wollen wir doch gleich mal Abhilfe schaffen. Indem wir mal kurz gucken, wen wir da anrufen müssen. The pink Telephone Services Card read. Ja. Mal sehen. Ähm, Simmer Service? Nein. Das ist fürs Essen. Äh, Concierge? Nein. Hotelverwaltung? Instandhaltung. Also, auf jeden Fall die 76 und die 75, glaube ich. Probieren wir erstmal die 76. Kann er nicht angehen. Yes, hello. This is Building Maintenance Landscaping and Grounds. May I please to be helping you? Hello? There's brown water coming out of my bathroom sink. Is there anything you can do about it? Ah, yes. But of course, Mr. Laffer. I am so sorry. Let me send up one of our best men. Right away. Pronto. Will ich auch hoffen. Soon. Quick, quick. Oh, I'm pleased to be accepting our sincere apology for any inconvenience and perhaps if you are suffering. Ah, perhaps I can make some adjustment to your bill. Please, just a moment while I check the computer. Oh. Netter Mitarbeiter. Oh, I see. Never mind. Mr. Laffer, I'll be sure to send up somebody sometime. Maybe in a few hours. Maybe never. And please, don't bother calling back. Ups. Ich glaube, der hat erkannt, dass wir Gratisnutzer sind. Dann rufen wir jetzt doch mal den, äh, die Reinigungskraft. Housekeeping. May I help you? Yes. My bathroom is totally unstocked. Uh, don't you give lots of little free thingies here? You know, shower caps, tiny bottles of shampoo, shoehorn, stuff like that. Why no, we don't. Nicht? Well, how about toilet paper, towels, washcloths, you know, I should get those, right? Yes, you should. I'll send the maid up to service you right away. All right. That would be fine. Tell her to just barge right in, regardless of the condition I'm in. Oh, our help never enters a guest room while someone is there. Streak the policy. Simple courtesy, you know. Also, it prevents lawsuits from schmucks who want to accost our maids. Oh. Missed. Oh, okay. Well, I suppose I'll head down to the pool now. Good. The sooner you leave, the sooner you'll get serviced. The maid's cart is filled with the usual towels and washcloths plus lots of other freebies, which she places in the guests' bathrooms. Funny? You haven't seen any of this stuff in your bathroom. In der Tat. Dann bedienen wir uns hier doch mal. Nehmen wir mal das. Handcreme might be good for those itchy palms of yours. Yep. Handcreme hilft auf jeden Fall. Use this when you want to make a good impression. Ich glaube, das ist Seife. Nehmen wir uns noch ein Tuch. I'll bet the maid was going to leave me a washcloth. Und She was probably going to give you a fresh roll of toilet paper today anyway. Toilettenpapier brauchen wir auch. The front of the cart contains objects not visible from the backside. Rolls of toilet paper, itty-bitty bars of soap, washcloths and minuscule bottles of hand cream. Haben wir alles schon mitgenommen. Und da er uns den Hinweis gibt, dass wir uns den Wagen nochmal von hinten ansehen sollen, machen wir das doch. The maid's cart is filled with the usual towels and washcloths plus lots of other freebies, which she places in the guests' bathrooms. Funny? You haven't seen any of this stuff in your bathroom. Yep. Und deswegen nehmen wir doch gleich mal. I can always use some more dental floss. Zahnseide? Was ist das? I can use these for tracing paper. Soll wohl ein Toiletten-Sitz-Auflage-irgendwas sein? I bet I can use a towel sometime. Ja. Ähm. Sieht aus, als wäre das schon alles gewesen. Ja. Ähm. Well, let the chips fall where they may. Oh, ja. Gucken wir nochmal an unserem Zimmer vorbei. Vielleicht ist der Klempner ja durch einen unsichtbaren Tunnel an uns vorbei. Like every other guest room in the hotel, this door requires a key. Ja, ist klar. Ich sollte den Schlüssel auch benutzen. Ähm. This entire room. Bart. You'll show the... Bart. Geh rein. Ja, so ist brav. Hm. Noch keiner da, der mein Bart repariert. Ich glaube, ich muss da wohl nochmal anrufen. Welche Nummer war das? Die 76? Building, Maintenance, Landscaping and Grounds? Please, may I be helping you? Yeah. I've still got brown water. Sir, this is maintenance. I believe you're looking for the infirmary. Nein. Oh, wait. Not me. I mean, the water coming out of the sink in my bathroom is brown. Oh, but you did not say that. Please, let me look. Ah, yes, you did call earlier. Yes, sir. It says here on the computer we dispatched an adequate plumber a few minutes ago. I'm sure he'll be there soon, if he isn't in there with you already. Oh. Thanks. Okay, er sagte also, der wird schon hier sein. Gucken wir doch nochmal. Nein. Noch keiner da. Na gut. Dann gehen wir doch, verlassen wir doch erstmal kurz wieder unseren Raum. So, rausgehen. Und gehen wir doch mal ins Erdgeschoss und gucken uns dort ein klein wenig um. Aber nicht zu lang, denn ich will ja den Klempner nicht verpassen. Was ist denn das für eine Tür? This door is locked and will stay that way forever. Hm. Na gut. Gehen wir durch diesen Damenschuh mal auf die linke Seite. Können wir da rein? Ja. Fitnessclub. Oh, wen haben wir denn da? Excuse me, sir. Is this where I get my spa towel? Yes, it is, handsome. May I please have your name? And room number? My name is Larry. Larry Laffer. And I'm in room... Say. Wait a minute. Exactly why do you want my room number? Why so we can charge you for the towels you don't return? Well, okay, I guess. It's room 201, right at the top of the stairs. Feel free to drop in. Warum hat er das gesagt? Oh, goody! Not. Hat er sonst noch was zu sagen? It doesn't seem like there are enough customers here to warrant a full-time towel attendant. Oh, I do more than this. Much, much more. Oh, I don't want to know. Können wir noch mehr mit ihm reden? Did I mention I want you in the worst way possible? Was? That would be the worst way possible. Did I mention I want... Ja, hast du schon. Gucken wir uns doch mal um, was hier noch so liegt. Ja, was ist das? Ja, nehmen wir doch mal einen. Gucken wir uns den Prospektum mal an. La Castellata's Washcloths are so soft and fluffy. Not at all like yours back home. Oh, das erinnert mich daran, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und hier sind wir uns damit, wenn ihr noch ein paarlungen gelieftet. Matts Berseng.